ja schwarz ist übel geil ich kann mit loki nicht klar ja ich hab den auch ich weiß nicht ist nicht so mein ding tanathos kann nicht gut spielen loki ist der der sich immer unsichtbar macht ja genau die bastard klasse vorgleich schau dir mal die gegner an wir haben ravana und vulkanus ja aber den musst du spielen können und der macht hat auch richtig heute schaden ravana ist auch eklig schack ist auch nervig aber nicht so nervig wie die zwei campus was man vorhatten das war so most wanted in ekligkeits level over 9000 richtig wirklich so was nehme ich denn vulkanus können fast meditation nehmen die haben keinen krassen stun geh ich weiß nicht ich nehme immer meditation als aller erstes hast du vulkanus ja komm ich nehme auch ich bin mir nicht sicher ich habe keinen krassen stun ich weiß es ehrlich gesagt nicht äh loka kommen wir mal hier mittels zum damage camp aber wir sind auf der anderen seite jetzt sind wir auf der verlierer seite haben wir alle spiele vorgewonnen oder ich weiß gar nicht mehr ja wir haben vorhin beide gewonnen loka geh noch nicht so rein lassen die es noch nicht sehen hoff nicht machen die erstmal das damage camp äh das mana camp ich sehe mittelane niemand lokal wie schnell war die karton na gut also zieh tritt rein ja klar das camp ist für dich fange ich schön ja es sind drei beide auf einmal komm lauf rein ja mann oh die haben den rawanenarsch ich habe gedacht das wäre der andere oh der ist schon eklig alter echt? ja mann der boxer ist das links links ach so nicht rein nicht rein oh fuck da kommt der chuck von hinten ich will doch nur minus kloppen aber ich komme da nicht hin weil dann haut der mich weg boah der passt auf diesen scheiß ding auf alter der macht nachher so viel schaden boah was geht mit dem? boah der kann sich hin porten? ja da wo das seine axt hinwirft kann er sich auch hin porten nice boah der scheiß vulkanus geht mir jetzt schon mit dem sack bis dann boah lecht auf dem ding auf mir drauf will es leech steifeln wow wow scheiß box ja ich muss mal weg bis dann doch komm zurück komm in den tower rein bleib in den tower einfach von mir ich habe beide fernkämpfer oh diese scheiß minions am anfang ist so übel ja die machen am anfang noch heftigen schaden nur mal scheiß mannacken oh ulti ulti das von dem vulkanus die ulti hat der schon ulti ja wie kratz ah der port nein oh doch ich geh kurz einmal weg ich geh kurz einmal weg ich geh kurz einmal weg jo wir warten hier ich muss jetzt mal die schuhe für kaufen das letzte mal ganz am schluss hast du die schuhe gekauft oh 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 ja der chuck ist echt eklig ja bei chuck da kannst du auch keine Fertigkeiten einsetzen jetzt ist er zu creepy alle ich glaube sylvanus der ist ulti äh ne der schack der ist ultra low ich geh kurz mit dir mach deine ulti mach deine ulti ich hab keine ulti ne ich mein duke ich hab keinen mana ja der warst du low na gut du bist da der kann ich schnell weg gehen ist der immer noch hier irgendwo ja der ist wieder voll hol die einfach als nächstes dann das mana camp ja achso ich hätte auch schon der ulti gewählt jetzt sag ich mich fokusschen nachher würd sagen ferranus oder ähm vulcanus müsste am schnellsten sterben der macht auch am meisten damage wenn man lässt äh ja aber eigentlich vulcanus gewählt ja fuck ja ich geh auf vulcanus komm drauf 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 mach eure ulti's mach eure ulti's war der falsche luca ja jetzt geht's navanda müsste auch noch mitkommen ja mein nice nächster trade und chuck geh raus ne sind die beide tot ja ja naja ich geht wieder das haben wir eigentlich nur physisch ein bisschen ne ne und gehen wir warte mal chuck ist auch physisch auch wahna physisch so mal damage holen pull ihr damage ich lock die bisschen ab luca machen wir hier genauer machen wir das geschützt pull damage ich halte hier ab wir machen mana camp ich könnte alle freien schon von dir abfacken wenn du camp hast dann portet dich back dass du voll bist wenn du camp hast dann portet dich back dass du voll bist mit seiner ulti kann ich schlecht ausweichen ja jump auf rein aber der macht dafür ultradamage nice 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 komm drauf 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 ulti nice 10 sekunden ist ulti ja lau lucca bist du in Storm oder was meine ulti ist da neuuu könnte gleich chuck fokussen und dann auf jeden Fall aufgehen uhr geh mal weg sicher ist sicher Luka, kommst du hin? Wo? Ja, hier sind beide Ah f***, über Tower, Deffen Und Ulti ist auch bei Drill already Ich hab Ulti fertig Luka mach das, ist das kaputt bitte Ja, was ist? Ich seh das nicht Links, 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 hier Kann man sich nicht bewegen Ich hab gewinnt auch nicht Man kann sich nicht treffen F*** Geh auf Ravala Oh, oh, oh Nice Nein 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 Oh scheiße Ja, Chuck kommt gleich hier rein Die sind eh voll killgeil irgendwie Ja Geh mal schnell weg Chuck wird vielleicht rechts im Jungle sein Wir brauchen wieder Wards Ja man Geh mal schnell weg Ja, hier sind beide Vulkan ist auch noch Das funktioniert nicht Oh, ich so scheiß geschützt man Das geht auch richtig auf die Eier Ja man Das macht auch richtig übel damage am Schluss Ohne in der Im Late Game ist Wie viel Wie verdammt er das? Chuck ist verschwunden Luka hast du Ulti? Ich hab meinen Ulti schon auf ihn drauf gesetzt Na, da hinten ist er rum Oh nein, jetzt kommt grad diese Ravala zu mir Nice Da war ein Aslo Nice Nice Wo ist der andere? Wo ist der andere? Eines glaube ich rechts Ja der ist ja rechts irgendwo dran Das ist erstmal deine Hühnchen da rein Also ich glaub das ist schon ganz weg Jetzt wollen wir mal eine holen Pass auf, hinter euch Pass auf, hinter euch Kann reinjumpen Mit Ulti Hab ihn in der Ulti Hab ihn in der Ulti Ja Luka kannst du ihn stun? Ne Ich stun Nice 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 man Geschuss Genau, ist geil Geh mal schnell weg Geh mal schnell weg Geh mal schnell weg Also mit Skiller läuft es langsam Ja vor allem der Hund ist auch nice Weil der Weil der verratet ja noch die Die positiven Wenn man rechts in den Jungle rein setzt Ja man Und du kannst dich auch dahinten Auch mega nice Aber leider hält der nicht zu lange Nein Oh fuck Boah die Dinger Links Links Im Damage Camp Ich kann hier bei Vulkanos reinjumpen Wo war einer? Komm ich jump rein Niiiice! Fette Geschichte, Mann! Ja, dann kommt Wavy und dann auf Tower. Raus! Gut, hier kommen schon die neuen Minions. Ja, der ist da auch in der Tower. Ja, da kommen schon die zwei. Scheiße! Ich bin ganz kurz zurück. Geh back, geh back! Fuck! Oh, ich kann keine Fälligkeiten einsetzen. Glaubt ihr einfach so lange die Defense am Tower? Ja, dann sind wir wieder da. Komm, mach dich noch hier. Nicht so. Ulti ist da. Turm down. Äh, geschützt. Ich wollte gerade sagen, hä, Turm down? So, wer noch der ist. Wir können gleich gleich noch mal unterleiten. Nice! Ist das deine Ulti? Ja. Dieses Killer. Wenn ich einen töte, kann ich nochmal zuschlagen. Ist ja nicht richtig eklig. Fuck, er gebt euch mein Radius rein. Chill. Wow, bei mir! Ja, hinter mir. Ja, hinter mir. Schick. Ja, war zu crazy von dir. Ach, nein. Ich liebe Critical Hits, ey. Hm, seems bocky. Komm, auf Chug, auf Chug. Der ist von der Ulti. Komm, raus, 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 raus. Warte, ist weg. Oh mein Gott. Der Rest nicht AP habe ich gehabt. Super comeback. Portest du dich, oder soll ich dich heilen? Ja, Portest nicht. Post du Mana? Die sind auch beide zurück. Äh, ne. Damage-Camp vielleicht eine? Ah, die sind gerade gespawnt, lass mal holen. Das hätte ich mit Mana 2 Gesundheit 400 plus 69. Kannst du nehmen, kannst du nehmen. Okay, dann. Ravanna ist durch. Ich habe Ulti bei 3. Ich noch nicht. Port am besten bist du mit einer Ulti. Ich hole den Ravanna vielleicht. Mal gefällt. Aber gefällt. Fuck, erste Ge-Chunk. Du kannst Ulti. Ah, läuft. Loll, ich habe mich auch, Alter. Gut, Defense. Oh, da kam es. Den könnte ich als nächstes fokussieren. Man muss nur ein bisschen hierher kommen, wo der Tower stande. Lass mal, wir können das rauslassen. Ja, pass auf jetzt mit Chuck. Immer wieder kurz Dev. Wir müssen auch wieder Worts holen. Ja, Luca, komm zurück. Boah. Boah. Richtig Damage. Okay, jetzt habe ich zu wenig Life, um in alle 3 reinzujumpen. Ja, tschüss. Gern tipp mit Thanos rein, gern. Na ja, wörtlich. Wow, hier ist einer. Am Schlüssel. Ravanna ist hier auch. Na gut, ich verratere Wana. Und zu Schack. Oh mein Gott. Nice. Achtung, Tower. Tower Defenden. Oh. Ich muss zurück. Ich koch dann direkt nicht raus. Oh, close, close, close. Huhuhuhuhu. Vulkan ist links beim Damage Camp. Halt. Nice. Nice. Komm zurück 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 zurück. Ich will mal nach Sprint Luka, geh zurück, man braucht ja dich Oh, komm Oh, scheiße Weiß ich nicht Rechts im Jungle, glaube ich Ja, irgendwo da Ah, stimmt, ich wollte scheiß Wards kaufen Ich habe schon aufgeschätzt, weil Ah, nice Wo ist denn der? Ich weiß nicht, wo der hin ist Na, ist Ravana, kommt in den Jungle Ja, der ist hier im Mana Camp Kommt rüber im Mana Camp Ich habe irgendwas getroffen Die sind alle drei, lass back in Ich will mal schnell back noch was kaufen Da kann ich auch mal direkt ulzen Rechts ist Ravana, pass auf Pass auf, rechts kommt rein Das ist so eine Rüstung Habe ich auch mit Odin Fuck, gefailt, oder? Fuck, Asions war direkt die Gemeinschaften Ich habe den links Vulcanus sollen Rechts ist stark, der wartet schon Ansonsten holen wir schnell Damage Ich habe ihn mit einem Grundangriff irgendwie 500 Chargen gemacht, oder so Okay, nice Lass Mana von denen holen Das ist so eine Rüstung Ja, okay, hier haben wir Alles Ja, ja Ist schon gewollt, shit Oh, fuck, da kommt Ravana Oh, fuck, da kommt Ravana Ah, ja, das scheiß Bild Phoenix is down Is that a work? Your team has destroyed a middle enemy Phoenix Nice Äh, mach mir kurz hier den Giant No, ich kann keinen Pink setzen Da fährst Umguck, kommst du her? Ja Sind alle drei hinter mir Ja, dann lock die nicht her Okay Wenn die so gehst, dann lock die weg Ich muss hier holen, ich bin ultra low Nice Geh mal weg Ich habe echt Ja, die hast du halt schon wieder Alter Neve carriert halt rein Das ist absolut ein Hass Das ist einfach nur Na gut, Neve hat so auch Also ich finde diesen Backjump Mega geil Ja, damit kann ich dem Den ganz der Ulti von Vulkanus Super gut ausweichen Ja, generell mit dem Backjump Kannst du fast alles ausweichen Also ich glaube, die haben jetzt schon Keinen Bock mehr irgendwie Auf dich Jetzt habe ich im Spawn gekillt Oh Ja gut Ja gut, dann warten wir auf dich, oder? Ja, lass mal Mana vielleicht holen Wenn wir gerade da sind Wegen Abklingzeit Ich würde euch hier gerne was von meinem Geld abgeben Ich habe nur 2500 übrig Wir müssen definitiv uns da tauren Äh, uns da tauren noch Und nicht defend Na Damage Camp kommt gleich Ich wickste einfach mal ein bisschen rein Komm, ein bisschen Schritt noch nach vorne Na, Alter, wie viel damage du schon machst Der hat auch direkt keinen Bock mehr Ist Stun-Ulti-Ready? Ja Luca deine Ah ja, dann ist Havanas Damage Camp Ich gehe auf Vulkanus lieber Auf Vulkanus Ach, ich bin eben das erste Mal gestorben Oh, okay, ich bin mir gleich gestun Oh, gefällt Oh, gefällt Oh, gefällt Just you and me Komm, okay Komm, okay Alter, du bist so low Cool ist er auch Oh, gut Der ADC Oh, jetzt geht nochmal richtig Disco Was ist ich gerade gekauft? Ah, ich habe noch mein Start-Item Oh Die Arme Die tun mir echt leid ein bisschen Treff nicht Wo kann es sein, dass wir die gerade richtig abwacken? Ja, Mann, wir tun die richtig abwacken Die haben auch keinen Bock mehr, glaube ich Denn der Phoenix lebt wieder Wo kann sich der Typ immer hinporten? Da, wo er seine Axt davor hinschmeißt Nee, der hat keine Axt geworfen Ich weiß auch gar nicht, wie lang das ist Die ist, glaube ich, ziemlich lang Aber vielleicht hat er auch irgendwie so ein Teleporter Oder ich weiß es gar nicht Jetzt sagen, wir locken die alle drei hier in die Mitte Und machen wir die platt Dann haben die ungefähr 40 Sekunden Spawn-Time Und dann machen wir die platt Die sind alle drei in der Mitte Okay, ich jump rein Ach, gut, Kars ist am losten Er ist dauernd, okay, der Nächster Chark Ja, da ist Mitte Oh, da ist sogar einer Perfekt Ja, wie schade ich mache, Alter Ja, komm, Alter, ich tank aus dem Phoenix Ich muss ihn grad tanken, ja Ja, f***n down, der geil Hotend gewonnen Nice GG Alter, 19-1 Ja, Mann, Alter, da ist den ADC, den Namen würdig gehalten Ja, Attack the Magic Carry Oh, ich war halt über mein Headset drüber, Alter Ja, das war ein sehr guter Rund Wenn ich Critical Hit hatte, hätte ich irgendwie 300-400 Scharten Ja, gut, ist das noch wenig Ja, aber wie oft ich dann auch schießen kann 来 Video Bis zum nächsten Mal.